Boom! Leute, neben mir, nicht nur attraktiv, sondern auch erfolgreich, Alex Masi. Er weiß genau, wie man unternehmerisch online vorgeht, Geld macht und er kriegt es auch noch schneller hin als so ziemlich jeder andere. Freut mich, dass du da bist. Ja, sehr, sehr gerne. Auf jeden Fall. Cool, dass ich hier bin. Und wenn ihr wissen wollt, wie Alex ein Business aufgebaut hat in 24 Stunden, dann solltet ihr euch dieses Video jetzt unbedingt anschauen. Bevor wir jetzt irgendwie viel über das reden, wie man sich schnell ein Business aufbaut, warum sollten dir die Leute eigentlich zuhören, weil du hast ja schon einiges geschafft. Ja, genau. Also ich bin halt, glaube ich, jemand, der sehr, sehr gerne Business aufbaut, aber es gibt unterschiedliche Typen. Es gibt auf der einen Seite Leute, die sind, sag ich jetzt mal, die den ganzen Tag am Hasseln, die machen ganz, ganz viel. Und es gibt auch Leute, die sind vielleicht eher so wie ich, ich bin so ein Typ, ich habe mal einen guten Tag, mal bin ich vielleicht auch ein bisschen unkonzentriert und deshalb habe ich von Anfang an mein Business so strukturiert, dass es mir sehr viel Freiheit gelassen hat, weil ich manchmal diese Zeiten auch habe, wo ich einfach mal eine Pause haben möchte und dann eben nicht immer die ganze Zeit Hasseln möchte. Und das, wenn du auch so ein Typ bist, ich glaube, dann bist du bei mir richtig, der halt im Endeffekt ein Business aufbaut, um mehr Freiheit zu gewinnen. Ich finde ein gutes Beispiel ist zum Beispiel heute, ich bin zur Arbeit, also zur Arbeit heute gekommen, hier zu dem Event und das passiert bei mir alle zwei Monate mal, dass ich zum Event muss. Ja. Und ich stand auf einmal in diesem Verkehr, irgendwie die ganze Zeit Autos. Ich habe zwei Unfälle gesehen. Ich war zu spät und ich habe gesagt, die ganzen Leute um mich herum, die haben alle keinen Bock auf das, was sie eigentlich tun. Ja. Und ich habe mich auch so gefühlt, so ein bisschen. Ja. Und ich möchte Menschen einfach dabei helfen, eben Bock auf das zu haben, womit man sich beschäftigt so und einfach eine tolle Sache zu machen und damit auch noch gutes Geld zu verdienen. Okay. Was ich bei dir auch, also erstmal kann ich das sehr bestätigen, was ich auch immer wieder entdeckt habe, ist einfach, seit ich dich kenne, Freiheit ist so das Thema bei dir. Und ich habe auch viele Leute da draußen, die sagen, ich möchte gern mein Business auf- oder ausbauen, um eben diese Freiheit zu leben, zu sein, wo ich will, so viel Geld zu haben, dass ich meine Sachen machen kann, das, was ich möchte. Das war ja bei dir auch schon immer der Nummer 1 Antrieb eigentlich, dass du dich wirklich komplett frei entfalten kannst, oder? Ja, auf jeden Fall, weil im Endeffekt ist es wichtig, dass man, also ich finde nicht wichtig, dass man die Sachen macht, die einem Spaß machen, finde ich wichtig, aber vor allen Dingen finde ich wichtig die Sachen, dass man die nicht machen muss, die einem keinen Spaß machen im Leben. Das ist für mich Freiheit und dass man an jedem Ort sein kann und dass man mit tollen Menschen vor allen Dingen seine Zeit verbringen kann und das ist mir halt wichtig und auch, dass man sich auf die Stärken konzentrieren kann, die man hat und wo wir jetzt zum Beispiel das Business relativ schnell aufgebaut haben, da haben wir wirklich uns nur auf die wichtigsten Faktoren konzentrieren. Ja, erzähl mal, wie habt ihr das gemacht? Also wenn ich jetzt da draußen, da sitzen jetzt Leute, die sagen, ich möchte auch gerne ganz schnell mein Business auf- und ausbauen, was ist das, was ihr gemacht habt, was man da vielleicht davon lernen kann? Also wenn wir vom Business reden, dann reden wir vom Einkommen und da muss man natürlich dann am Anfang auch schauen, womit kann man Geld verdienen und das ist in erster Linie ein Produkt. Das ist kein YouTube-Kanal, das ist kein Blog, das ist ein Produkt. Viele fangen erst mal an, sich mit ganz vielen Sachen zu beschäftigen und denken erst mal viel in Reichweite, aber am Anfang sollte man erst mal in ein Produkt auch denken und sich überlegen, was für ein Produkt kann man machen. Dann haben wir halt relativ schnell so Sachen gemacht, also wenn du überlegst, wie ein Bäcker zum Beispiel Brötchen backt. Der backt ja nicht jedes Brötchen einzeln, aber die meisten Unternehmer, die ich getroffen habe, die backen wirklich, die machen erst mal hier was, dann da was und hier was. Wir haben wirklich gesagt, wir fangen an, wir überlegen, welche Seiten brauchen wir für unser Produkt, welche Webseiten, welche E-Mails brauchen wir, alles was wir brauchen, schreiben wir das einmal kurz auf und dann machen wir wirklich erst alle Seiten, dann alle E-Mails, dann alle Texte und haben wirklich alles nacheinander gemacht, da haben wir schon extrem viel Zeit gespart. Und dann haben wir noch angefangen, was auch ganz cool ist, es gibt ja super viele Tools da draußen, mit denen man so ein Business aufbauen kann, Landingpage, E-Mail, Zahlungsanbieter. Und dann haben wir überlegt so, was ist denn das Tool, mit dem man, sag ich mal, 90% der Sachen aufbauen kann, also fast alles, wo man nur ein Tool braucht. Und dann haben wir das mit einem Tool aus den USA, Clickfunnels heißt das, haben wir das aufgebaut und haben quasi diese ganzen, haben angefangen, diese ganzen technischen Hürden waren auf einmal weg. Klar, wir hatten nicht die perfekte Lösung, E-Mail-Marketing kann man mit einer anderen Software besser machen, aber wir hatten die Lösung, die für diesen Start am besten war. Ja, geht so hin, klar. Das waren so drei Faktoren zum Beispiel, die wir gemacht haben. Wir haben noch eine ganze Menge mehr gemacht, da haben wir auch ein Online-Training zu gemacht, wo wir das alles erklären. Wenn jemand das Online-Training haben will, wie kommt man da am besten dran? Also das Online-Training ist kostenlos, da kann man sich einfach anmelden. Das ist ein einstündiges Training, wo wir das vorstellen, wie wir das gemacht haben. Okay, wie soll ich den Link einfach mal unten, packen wir den Link in der Infobox. Und du hast auch einen YouTube-Kanal. Genau, das ist Alexander Marci, mein Kanal. Wenn ihr Lust habt, auch mal mich ein bisschen auf Reisen zu sehen und vielleicht auch mal die eine oder andere lustige Situation zu sehen und auch zu lernen, wie man diese ganzen Tools nutzen kann. zeigt ja auch, wie man eine Webseite in 20 Minuten oder sowas aufbauen kann. Ja, wir hatten mal ein Video auch, wo wir auch erklärt haben, wie man eben solche Sachen sehr schnell machen kann. Wie man sehr schnell ein Unternehmen aufbauen kann. Und da bist du ja wirklich von allen, die ich kenne, bist du der inspirierendste. Deswegen finde ich es auch schön, dass wir es geschafft haben, jetzt hier ein Video miteinander zu machen. Und wir sind ja, es ist ja nicht leicht, auch mit dir an einem Ort zu sein. Ja, mit dir auch nicht. Ja, weil wir sind ja tatsächlich... Gran Canaria hätten das schaffen können, glaube ich. Ja, und es ist, der gute Mann ist eben, er nimmt das auch sehr ernst, er ist auch tatsächlich sehr frei in seinem Leben auch. Und das finde ich auch immer schön. Also schon, wir haben damals, ich habe ja mal quasi für dich gearbeitet. Wir haben zwar auf Augenhöhe im Prinzip gearbeitet, aber auf Papier betrachtet war ich quasi jemand, der für dich gearbeitet hat. Wollen wir darüber sprechen? Klar, gerne. Das war bei der Flirt-University damals noch. Da hattet ihr gegründet. Ich bin kurz darauf reingekommen und dann hatte ich quasi die Berliner, wie sagt man, Zweigstelle quasi übernommen, während eben der Rest komplett in Köln und Ruhrgebiet und so angesessen war. Das war eine interessante, eine lustige Zeit. Haben wir uns damals besser kennengelernt zur Zeit. Ja, und was du sagst mit dem Augenhöhe, für mich ist das auch so, auch mit meinen Mitarbeitern zum Beispiel. Ich sage immer so, für mich ist Augenhöhe nicht auf dem Papier, sondern das, was du hast richtig Gas gegeben damals. Ich erinnere mich, dass coole Sachen gemacht. Ich bin schon immer ein Freak, wenn so sowas geht. Ja, ne, also im Endeffekt, das finde ich auch, wenn du irgendwann mal jetzt hier Unternehmer werden möchtest oder so jetzt für die Leute zu Hause und du sagst dann so, ja, dann stehe ich über den Leuten oder so. Das ist niemals so. Du musst deine Leute, dein Team immer voll im Griff haben und da muss so eine geile Stimmung sein, sonst wird das nix. Man muss halt immer gucken, dass man die Autorität behält, dass man selber am Ende des Tages die Entscheidung treffen kann auch und dass die auch befolgt wird. Aber auf der gleichen Seite ist es auch so, dass man eben darauf achten muss, dass man eben auf menschlicher Ebene immer auf Augenhöhe bleibt. Genau. Ich bin auch kein Freund davon, Menschen das Leben schwer zu machen, um eben sie unterzuordnen, sondern im Gegenteil. Also ich glaube, wir sitzen alle in einem Boot und wir sind auch tatsächlich unüblich demokratisch bei uns in den Teams immer. Ja. Das ist mir auch persönlich wichtig, weil wo jeder seine Entscheidung dazu beiträgt, wo jeder seine Meinung dazu kundgetan hat, da steht auch jeder mehr dahinter, als wenn es diktiert wird. Ja. Finde ich auch so. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema gekommen. Also vor allem Business schnell aufbauen. Und du hast gesagt, ihr verwendet nur ein Tool beispielsweise, was schon sehr, sehr viel Zeit einspart. Ihr schreibt euch das vorher auf, um euch mal ein bisschen zu ordnen. Ihr fokussiert euch auf das Produkt. Das ist natürlich auch Reichweite so ein riesiges Thema. Wie generiere ich denn Reichweite, wenn ich jetzt noch 24 Stunden mein Business aufgebaut habe und muss ich auch irgendwie Kunden bekommen? Coole Frage. Genau. Und das ist auch wieder so ein Thema. Reichweite kann man genauso sehen wie alles andere nach dem Pareto-Prinzip. Also was sind die 20%, die 80% des Erfolges bringen? Und dann sollte man erstmal die Traffic-Quellen verwenden, die halt den größten Erfolg versprechen. Bei uns waren das Affiliates. Wir haben halt mit dem Produkt, wir haben das Glück gehabt, dass wir jemanden gefunden haben, der dann das Produkt einmal dafür Werbung gemacht hat, der ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt hat. Und mit diesen Zahlen konnten wir dann hausieren gehen, konnten sagen, hey, wie schaut's aus? Wir haben dann auch noch was verlost an die Affiliates, haben uns an die erstmal gewählt. Darf man sagen, ich weiß es ja so, wenn es nicht was Neues gibt, dann weiß ich ja, was es war. Darf man das sagen? Ja, ja, klar. Das war ein Auto, das habt ihr verlost. Genau. Geleased, genau. Ja, aber trotzdem ein halbes Jahr lang, oder? Genau. Ein halbes Jahr lang ein Auto fahren, nur weil ich für euch viel Geld gemacht habe und dabei selber viel Geld gemacht habe. Also ich habe es nicht bekommen, wenn ich meine, für den entsprechenden, für die Person. Genau. Und das ist halt die erste Traffic-Quelle und danach sollte man, also klar, die beste Traffic-Quelle ist immer deine eigene Liste, aber die haben die meisten ja noch nicht. Aber da haben wir natürlich auch unsere Listen, die waren damals klein, haben wir da auch drauf geschickt und so. Aber dann halt Affiliates und dann kam vielleicht dann gucken, was ist die beste Traffic-Quelle. Facebook war da bei uns sehr stark zum Beispiel. Und dann wirklich aber die auch eine nach der anderen und nicht alle auf einmal, sondern wirklich erstmal gucken. Also wenn du zum Beispiel ein gutes Produkt hast und das relativ schnell hochgezogen hast. Wir haben das wirklich in 24 Stunden hochgezogen. Das würde ich keinem empfehlen. Wir haben auf dem Video solche Augenränder, so Ringe. Aber wenn du ein gutes Produkt hast, dann ruf mal wirklich alle Affiliates an, die es gibt in Deutschland, die das verkreiben können. Du wirst da Leute gewinnen, die das auch vertreiben und dann verdienst du sofort Geld. Und wenn dein Produkt gut konvertiert und da helfen wir natürlich Leuten auch bei, wie man das hinbekommen kann, dann geht das durch die Decke. Super, super kompaktes und sowohl auf persönlicher Ebene informatives, als auch wirklich für Leute da draußen, die schnell noch mehr Erfolg haben möchten. Ja. Sehr informativ. Für jeden, der mehr von Alex sehen möchte, der Link ist in der Infobox, beziehungsweise sonst einfach mal eingeben. Alex Marci über YouTube, da findet man mich auch noch. Aber vor allem, du hast gesagt, ein komplett kostenloser Kurs nochmal, wo man sich das Ganze auch nochmal anschauen kann. Den findet ihr dann auch in der Infobox. Alles klar. Hat mich gefreut, dass du da warst. Sehr gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und wir sehen uns jetzt noch. Ciao. Ciao.